Schließen wir die Augen, atmen ein, halten kurz den Atem an und dann lassen wir den Atem wieder los, so richtig eine Erleichterung. Wir lösen uns mit unserem Atem komplett von dem, was passiert ist. Atmen ein und kommen nochmal beim nächsten Atemzug in den gegenwärtigen Moment, dieser gegenwärtige Moment, das hier und jetzt ist alles, was wir haben. Die Vergangenheit ist eine Illusion und die Zukunft ist auch eine Illusion, es ist eine Story, die wir uns erzählen und das hier und jetzt, dieser Moment, wo wir unsere Füße am Boden spüren, das ist alles, was wir haben und das ist das, woraus wir wirken können. Jetzt spürt ihr diesen gegenwärtigen Moment mit euren Füßen am Boden. Geht nochmal ganz tief nach unten in die Erde. Verbindet euch da mit der Mutter Erde, mit dem Herzen der Erde, mit der warmen Geborgenheit, die uns die Erde gibt für dieses Leben. Und wir kommen wieder zurück nach oben, zu unseren Füßen, gehen mit der Aufmerksamkeit weiter durch unseren Körper, zu unserem Herzen. Dann gehen wir weiter nach oben, zu unserem Kopf, durch unseren Kopf hinaus, weiter in das riesengroße Feld der unendlichen Potenziale, das göttliche Feld. Wir sind verbunden mit der göttlichen Intelligenz. Alle Informationen sind da und zwar die Informationen, die auf Wahrheit und Liebe basieren, sind für uns immer zugänglich. Und so sind wir verbunden mit unserem wahren Sein, mit unserem göttlichen Sein, mit den göttlichen Qualitäten, die wir haben. Und das ist nochmal bedingungslose Liebe, das ist Mitgefühl, das ist Verständnis und das ist Verzeihen und das ist die Wahrheit. Und jetzt seid ihr angebunden und ihr spürt diesen großen Lichtstrahl aus dieser unendlich großen Dusche, dieser überdimensionalen, riesengroßen Lichtkugel, wie ihr euch das vorstellen wollt. Und wir sind Teil dieser Wahrheit, das ist das, was wir wirklich sind. Und alles, was dieser Wahrheit, dieser Göttlichkeit unseres Seins widersteht, entgegensteht, wird jetzt abgelöst. Ein riesengroßer Energiestrahl der bedingungslosen Liebe kommt von oben durch unseren Kopf, geht weiter durch unseren Hals, über unsere Schultern, in die Arme, in die Finger. Jetzt sind wir beim Herz, hinten der Wirbelsäule entlang, Solaplexus, Bauch, Unterleib, erstes Chakra, Becken, Beine, Oberschenkel, Knie, Waden, Füße. Und jetzt ist dieser Strahl der göttlichen Wahrheit da und der wird aufgedreht und ihr spürt, wie alles weggewaschen wird, reingewaschen wird, was dieser göttlichen, wahren Perfektion der perfekten Liebe nicht entspricht. Alle Lügen, alle falschen Gedanken, alle Erfahrungen, alles was gespeichert wurde, darf jetzt gelöst werden und mit göttlicher Wahrheit ersetzt. Jetzt macht ihr eins, ihr spürt einmal genau, wie das durch euch durchläuft. Und ihr geht selber dorthin, wo ihr merkt, hoppla, da ist noch was und dreht an diesem Ort einfach diese Energie auf. Ihr holt euch da mehr Energie, wo noch irgendeine Blockade ist, ihr holt euch dort mehr göttliche Energie. Ihr scannt euren ganzen Körper ab, von oben bis unten und wenn da irgendwo eine Blockade ist, geht ihr dorthin, vielleicht mit einem göttlichen Kristallball und dreht dort auf. Ihr scannt von oben bis unten, jeder Punkt, wo es noch nicht fließt, kommt ihr mit dieser kristallenden Energie, mit diesem Kristallball und alles wird rein. Ihr könnt euch sogar vorstellen, dass dieser Kristallball absolut hochschwingend ist und überall dort, wo er hinkommt, ist Kristallenergie und löst alles ab. Alles, was nicht der göttlichen Wahrheit entspricht, wird abgelöst. Und jetzt spürt ihr nochmal, wie ihr selbstständig von oben her euch sogar noch diese göttliche Energie abholen könnt, reinziehen könnt. Und zieht es doch euer Scheitelschakra nach unten in euren Körper bis in jede einzelne Zelle. Bis ihr das Gefühl habt, ihr seid göttlich rein, wie so ein Baby. Spürt euch wie ein Baby, das auf die Welt kommt und einfach nur pure Liebe ist und alles, was es sieht, wird mit purer Liebe angeschaut. Und spürt ihr rein. Und jetzt kommt noch mehr Klarheit für euch. Noch mehr Wahrheit. Komplettes Vergeben in alle Zeitlinien und Dimensionen. Komplette Wahrheit ist jetzt hier präsent. In diesem einzelnen Moment. Und das ist der einzige wahre Moment. Jetzt haben wir diesen Moment. Jetzt sind wir mit der Wahrheit verbunden. Jetzt sind wir mit dem Göttlichen verbunden. Und das ist, was wir wirklich sind. Und holt euch nochmal ganz, ganz viel von dieser Energie. Entweder dreht ihr auf und lasst es von oben reinkommen. Oder ihr öffnet euer Herz und ihr zieht sie einfach an. Zieht sie an. Ganz, ganz viel. Zieht ihr euch an. Mit dieser Energie seid ihr aufgefüllt. Mit dieser Energie werden jetzt alle fünf Sinne, die Augen, die Ohren, der Mund, jetzt haben wir noch die Gefühle, eure ganzen Körpergefühle werden damit eingehüllt. Und das Gehirn. Wir machen jetzt unser Gehirn ganz weich. Wir machen unser Gehirn ganz göttlich. Alles, was nicht göttlich im Ursprungs ist, an allen Gedanken, an allen Vorstellungen, darf sich jetzt auflösen. Unser ganzes Reptilien-Gehirn darf jetzt schrumpfen. Und die göttliche Liebe macht sich breit. Spürt nochmal rein, von oben nach unten. Alles ist gelöst. Alle Lügen sind weg. Die Wahrheit ist klar und deutlich zu sehen. Alles ist in der göttlichen, wahren Ordnung. Und wir spüren, wie wir mit der Wahrheit verbunden sind. Und aus dieser Wahrheit wirken wir. Ich kenne meine Wirkung als Wahrheitsbringer. Ich kenne meine Wirkung als Wegzeiger zur Wahrheit. Und wenn ich hier bin, in diesem höchsten Raum, in meiner höchsten Form, in meiner höchsten Version, bin ich mit der Wahrheit verbunden. Und es gibt keine Lügen mehr. Und jetzt schaut mal in den Spiegel. Schaut euch an, mit zu den Augen. Schaut in euren imaginären Spiegel. Und seht dieses wahre Wesen, das nur noch mit dem Herzen denkt. Und das Herz sieht Schönheit und Perfektion. Und seht euch selber aus eurem Herzen an. Und seht, wie sehr ihr euch liebt. In dieser Wahrheit, wie schön ihr seid. Wie perfekt ihr seid. Und seht, wie sehr ihr euch liebt. Und seht ganz genau, dass alles, was jemals war, nichts mit dieser göttlichen Perfektion von euch zu tun hat. Nichts. Und spürt nochmal diese göttliche Perfektion, diese Liebe, diese Bedingungslosigkeit, diese Urteilsfreiheit, diese Wahrheit. Spürt sie so fest, dass nichts, was jemals gesagt worden ist oder gesagt wird, euch von diesem Wissen abbringen kann. Ich weiß, wer ich wirklich bin. Ich weiß, was ich wirklich bin. Und ich weiß, wie ich wirke, aus meiner Wahrheit heraus. Spürt noch mal da rein. Jetzt legt ihr die Hand aufs Herz, spürt euren Körper und verbindet dieses Gefühl mit diesem Hand auf dem Herzen. Dass jedes Mal, wenn ihr die Hand aufs Herz tut, dann seid ihr schon wieder da verbunden mit eurem wahren Sein, mit eurem Kern, mit eurer wahren Wirkung. Atmen noch mal tief. Noch mal tief durchatmen. Verbindet euren Körper mit diesem energetischen Seinszustand, mit diesem wahren Zustand. Das ist die Wahrheit. Jetzt kann das jeder noch für sich genießen und fließen lassen, solange er möchte. Und langsam wieder zurückkommen. Und langsam wieder zurückkommen. Und langsam wieder zurückkommen. Wir kommen zurück zu einem neuen Ort, in eine neue Zeitlinie, in eine neue Realität. Hallo, du wunderbares Wesen. Hier ist Patricia. Ich hoffe, dir hat diese Anwendung mit göttlicher Energie gefallen und du konntest diese Kraft spüren, die da ist für uns zu jeder Zeit, um uns wieder mit dem Göttlichen zu versöhnen und in unser wahres Sein einzutreten. Wenn du mehr möchtest von diesen göttlichen Anwendungen, dann hast du jetzt die Möglichkeit, diese Woche ein Spezialangebot mit vier Anwendungen zu buchen, jeweils mittwochs und freitags. Diese Woche fangen wir am Mittwoch um 9 Uhr an. Weiter geht es am Freitag früh um 8 Uhr, damit du am Morgen und am Abend etwas hast und in der Woche drauf ist es genau dasselbe. Du kriegst also vier Anwendungen mit göttlicher Energie, kannst alles Alte ablösen, kannst neu starten, kannst neu in deine wahre Identität eintreten und dir ein wunderbares Leben kreieren. Das ist der Anfang. Ich hoffe, dir gefällt das Angebot, weil es ist einmalig. Für 199 Euro kannst du dabei sein. Du kannst die vier Anwendungen danach auch noch anschauen und sie für dich wirken lassen, denn diese Aufzeichnungen haben noch die gleiche, gleiche Energie wie live. Also wenn du nicht live dabei sein kannst, dann kannst du die Aufzeichnung anschauen. Und ich freue mich auf dich. Unten in den Kommentaren findest du den Anmelde-Link und wir starten am Mittwoch um 21 Uhr live. Alles Liebe dir. Ich freue mich auf dich.